Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 3. Gut, ich kann es dir mal zeigen, wir haben ja eine sehr wunderschöne grüne Insel hier mittlerweile. Hab die aus Posten alle eingenommen, die meist sogar tatsächlich, ohne jetzt entdeckt zu werden. Wie gesagt, bei dem Scharfschutzgewerke ging es echt gut, wenn wir da irgendwo einen Berg in der Nähe hatten und von dort aus an die Gegner wegschießen konnte. Lief meistens relativ problemlos. So zwei, dreimal war dann wieder eine Patrouille unterwegs, die mir dann den Weg gekommen ist und mich halt dann, ja, oder mir halt dann wenig Stress gemacht hatte oder mich meistens entdeckt hatte. Ich habe auch hier mal wieder ein bisschen weiter geskillt. Gut, das können wir noch machen. Und ich glaube ja gut, den Hut von oben. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Im Moment gehe ich hier auf Entfernung. Aber ansonsten haben wir ja eigentlich alles soweit ausgeskillt, was zu skillen war. Von daher muss ich mir jetzt auch um die XP keine Gedanken mehr großartig machen. Ich habe jetzt auch endlich mal diesen Beute-Tagdown, werde ihn wahrscheinlich nicht mehr großartig einsetzen können. Das letzte Mal habe ich den echt viel früher gehabt. Also Nahkampf-Kill war nämlich tatsächlich ein Nahkampf-Kill, das heißt, wir mussten halt hier mit diesem Nahkampf-Angriff jemanden erledigen. War ein bisschen schwierig, wenn überall sonst Takedowns gemacht werden, aber bei so einer Random-Patrouille hat es dann doch funktioniert. Gut, Sam, auf geht's! Dein Handwerkszeug? Party-Kram. Ich freue mich schon lange darauf, die Scheiße hier in die Luft zu jagen, wie wir Amerikaner sagen. Und du bist Amerikaner, Sam? Ja, mein Vater war bei den Navy Seals. Ich wurde geboren, als er in Texas stationiert war. Dann versetzte man ihn nach Deutschland. Oh, Uncle Sam. Ich verstehe. Ja. Einer der Gründungsväter, glaube ich. Ha, das solltest du mal nachschlagen. Vergiss es. Da breiten wir etwas festliche Stimmung. Fahrt zu den Öldepots. Ich gehe mit den MG-Deckung. Das klingt gut. Na, dann fahren wir mal rein. Hallo, Jungs. Na? So, wäre schön, wenn es hier weniger ruckeln würde. Fangen wir mal hier an. Ach, ich soll die zerstören. Okay. Okay. Sam. Auch. Boah, meine Güte. Du kannst da echt mal draufgehen, Kollege. So, hopp, hopp, hopp. Durch geht's. Und landen. So. Die Herren, hier fliegt es gleich in die Luft. Och, fahr doch nicht gegen irgendwelchen Mist hier. Ich glaube, das wird knapp. Gerade so. Aber das Geruckel, ja, und das, also dieses Geruckel und dieses andere und hängenbleiben an irgendwelchen Sachen im Level hilft leider nicht wirklich. So, du kannst da mal weg. Sam, tu mal was für dein Geld. Ähm, hallo, wieso kann ich den nicht abschießen? Ich hab ihn genau im Visier. Und er steht vor mir. Das ist, glaube ich, mal wieder ein sehr seltsames Ja, eine sehr seltsame Abfrage der Kollision. Wieso bist du nicht nachgeladen? Waffe? Zack. Nochmal nachladen. Aber ich glaube, Sam hat da draußen so ein bisschen Spaß. Von daher ist das vielleicht nicht verkehrt. Hey, wo kommst du denn auf einmal her? Wo ist denn der Dicke abgeblieben? Ja, ich weiß, da oben sind welche. Da ist der Dicke. Hm. Du hältst erstaunlich viel Kopfschüsse aus. Deine Kollegen sind ein bisschen schneller gefallen. Boah, geht mir das auf den Sack, dass man so rumruckelt, wenn man getroffen wird, ey. Ich brauche ein bisschen Ruhe zum Zielen hier. Hängst du irgendwo fest? Alter, du kannst mal langsam drauf gehen. Das geht mir gerade echt auf die Nerven. Was ist denn gerade los? Ich glaube, er scheint ja ein bisschen angeschlagen zu sein hier, aber... So. Passt jetzt davon. Gut, Sam hat da draußen erstmal nichts zu tun, wie es scheint. Ach, guck mal, wir können plündern. Und Muni mitnehmen. Na, guck mal, noch einiges verballert. Ähm, dich hätte ich gerne und dich... Ja, du bist nachgeladen. Okay. So. Muss mal kurz weg. Oh, unser Auto brennt. Lauf. Du verdammter Vollidiot. Alter, wie gesagt, KI-Bergleiter. Wenn sie nicht unsterblich sind, gehen sie meistens relativ schnell drauf oder mir auf die Nerven. Ähm, so. Wo ist denn der letzte Speicherpunkt gewesen? Ah, hier sogar. Sam. Wie wäre es, wenn du mal auf den, äh... Typen schießt, die da wirklich Schaden machen kann? Wie gesagt... Begleiter, KI-I, nie oder... So, weiter geht's. Ja, natürlich muss das Spiel jetzt auch noch abstürzen. Ja, ich weiß. Na gut, Sam hat es wieder ein bisschen erholt. Ähm... Ja, nehmen wir uns mal das vor. Ach, du Heilige. Das Auto müsste da mal weg. Ich müsste geheilt werden. Dankeschön. Und Sam müsste das überleben. Okay. Okay. Okay, interessanterweise waren da jetzt keine Gegend, die unbedingt spawnen wollten. So, ab hier rein. Sam, du verdammter Vollidiot. Lebe doch mal ein bisschen länger. Das ist echt zum Kotzen. Es ist unglaublich zum Kotzen hier mit diesen Scheißbegleitern. So. Na dann. Einsteigen. Raus geht's. Ja, wenn du mal überleben würdest. So, dann fahren wir vielleicht mal da runter. Und ich will, glaube ich, hier erstmal die Wagen ausschalten. Beziehungsweise Sam kann vielleicht hier mal ein bisschen... Ja. Sich zurückhalten. Wo auch immer ihr hierherkommt, ihr könnt dann jetzt schon mal ein wenig ausgeschaltet werden. Wir haben ja zum Glück hier noch keine Zeitbegrenzung großartig. Meine Güte. Bleib doch mal stehen. Guck mal, so geht das doch viel besser. Hm. Ich glaube, den Typ lasse ich jetzt einfach mal. Okay. Sam, guck mal, ob du es du da durchhalst. Wäre schön. Ich glaube nicht. Der kriegt halt echt nichts gebacken, der Typ. Das ist zum Kotzen. Schieß doch mal Leute ab. So macht das doch kein Spaß, du Arsch. Dann lasst ihn, entweder lasst ihn besser treffen oder machen unverwundbar. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich hier sehe. Dass das hier etwas anständiger läuft. Ich glaube, dann fahren wir vielleicht erstmal hier runter. Wieso wird auch immer auf das Scharfschützengewehr hier gewechselt? Also ein bisschen was kriegt er hin, aber halt nicht so wirklich viel. Ist ohne mich doch ein bisschen aufgeschmissen, mein lieber Sam, ne? So. Jetzt müssen wir das Lager mal genommen. Vielleicht ist es auch sinnvoll, dass wir das hier zuerst mal machen. Ja, jetzt kommt der Nachschub. Steigt bitte ein. So, dann fahren wir mal ein bisschen rum. Dann kann Sam ja auch ein bisschen was abschießen, hoffentlich mal. Hm. Komm, lad doch dieses Gebiet doch mal nach. So. Ein Lager haben wir noch. Hm. So. Was haltet ihr denn alles aus, sag mal? Mensch. Oh, gebt mir das auf die Nerven. Sam, lebe. Verdammter Sack. Überlebe den Scheiß hier doch mal. Meine Güte. Echt, wie gesagt, Begleiter-Missionen, wo Begleiter nicht unsterblich sind, sind meistens unglaublicher Schrott. Oder unglaublich nervig zu erledigen. Hm. Das ist halt das Problem, dass du halt weder seine Zielfähigkeit noch seine Lebensenergie oder seine... Ja gut, ausweichen kann er nicht, wenn ich ihn halt irgendwo abstelle. So. Der muss weg. Wir sind besser, Freundin. Haben wir es jetzt mal? Und es wäre auch echt schön, wenn du dir mal merken könntest, welche Waffe ich ausgewählt hatte beim letzten Mal. Heil dich. Okay, Sam hat es nicht zerlegt. Das wundert mich gerade. Los jetzt. Aufsteigen. Wegfahren. Sam trifft bald mal was. Das wäre echt gut. So. Na, komm. Okay. Dann können wir jetzt nämlich mal zeigen, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Und wo wird denn da noch geballert? Welchen Tank denn? Naja, das mit der Überzahl stimmt. Der Rest nicht so wirklich. Kap auf. So, Jungs. Heli. Jaja, das habe ich vor Och, ruckelt doch nicht Diese Engine Ja Es ist geschafft Ah, alles Klärchen So, es ist geschafft Ja, wie gesagt, es gab ein paar Probleme Sowohl technischer als auch spielerischer Natur Aber wir haben es erledigt Endlich Na gut, dann Haben wir das Lager ausgeschaltet Ja, ich glaube, ich kann echt nichts mehr einsetzen Oder? Das ist gesperrt Das ist gesperrt Und das ist gesperrt Und wie gesagt, dazu müsste ich halt diese Aufträge machen Da habe ich wenig Lust drauf Oder halt, wie gesagt, diese Takedowns von oben mal Aber ich komme echt gar nicht mehr so nah an die Gegner ran Meine Waffen sind da zu gut Da brauche ich gar nicht mehr nah an die Gegner ran Gut, dann fahren wir mal noch zumindest drüber Na Jungs In Richtung Heut Oder in Richtung Ja, ich könnte theoretisch glaube ich auch schnell reisen Allerdings ist die Folge jetzt auch nicht mehr so lange Von daher Obwohl, ich glaube, auch den Weg kriege ich nicht mehr hin Oder? Hm Nö Ja gut, dann kann ich ja schnell reisen Und noch ein paar Beutekisten mir hier Zusammen suchen Wäre zumindest Sinn der Sache Oder starte das jetzt schon Na, ich glaube, es hat zumindest schon mal ein bisschen angefangen Also ein bisschen angefangen Ähm, warte mal Dann würde ich hier aber echt noch gerne diese einen Da war nämlich hinten noch irgendwo ein Alarm Den ich letztes Mal nicht ausschalten konnte Das würde ich jetzt gerne noch machen Bevor ich halt eben diese Mission starte Hier war das, oder? Ja Ne, kann ich leider nicht ausschalten Hm Ähm Kisten Sollten doch hier auch noch welche sein Da wäre noch was und eine außerhalb Wahrscheinlich ist die auch drin Naja, der ist hier ein bisschen am rumfoltern Sam wird wahrscheinlich dann da draußen Ah, der wartet am Stützpunkt Na gut Ist ja auch die Kiste Ne, die ist da hinten dran Wie es mir scheint Hatte ich die nicht das letzte Mal schon? Ja doch, die habe ich doch geknackt Kiste, wo bist du? Ach, da ist noch eine Angeblich Aber die wird mir hier nicht angezeigt Hm Nö, hier ist ja auch nichts großartig Na guck mal, du hast ein Hühnchen Ja Das kennen wir ja schon Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden mal die Folge hier Sollte ungefähr hinkommen Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Und dann wird in der nächsten Runde ein wenig Poker gespielt Macht's gut und ciao, ciao